Ja, herzlich willkommen auf der Erziehung mit der Bauer. Heute DIY-Firmware, gleich nach dem Intro. Ja, heute soll es nochmal hier um den DIY-Empfänger gehen und ich möchte hier jetzt die richtige Firmware bzw. den richtigen Namen 10-Kanal-Empfänger PWM angezeigt bekommen. Das heißt, ich will mir hierfür die eigene Firmware kompilieren. Also nicht mehr über die Betaflight-Variante, was ich in dem Short gezeigt hatte, sondern ich möchte jetzt hier meine eigenen haben. Und das Ganze möchte ich mit in den Konfigurator machen und nicht über Plattform.io und noch einen Haufen Software installieren. Das muss irgendwie mit dem Konfigurator gehen. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei. Auf geht's. Wir befinden uns jetzt hier am PC und ich habe den Express-LRS-Konfigurator in der Version 1.61 geöffnet. So, jetzt hat sich ja Folgendes geändert, dass wir hier unter den Gerätekategorien die DIY-Devices 2,4 zwar haben, aber wir hier unten gar nichts auswählen können, was wir auf unseren Rx spielen können. Zumindest steht hier überall nur Tx, wie ihr seht. Das heißt, hier hat sich irgendwas geändert an der Konfiguration. Ja, dann habe ich mir gedacht, komm, probiere mal hier dieses Lokal aus. Da kann ich nämlich einfach mir Express-LRS-Code runterladen, den Source-Code und dann entpacken und dann kann ich hier den Ordner auswählen. Dann habe ich gedacht, vielleicht sind dann die Gerätekategorien anders und siehe da genau dasselbe Problem. Wie ihr seht, ist da jetzt aber auch nicht viel mehr bei. Da sind jetzt ein paar bei hier S3-Versionen dabei gekommen, aber für meine Zwecke sind da immer noch keine bei, die ich jetzt auf meinem Device hier spielen möchte. Dann bin ich hingegangen, bin wieder hier zur offiziellen Version zurückgegangen und habe mir gedacht, das muss ja hier irgendwie irgendwo geladen werden. Ja, und dann bin ich fündig geworden. Hier, wie das Ganze funktioniert. Ja, hier oben ist der Pfad, das ist unter meinem Namen, unter Application Data Roaming Express-LRS-Konfigurator-Firmware. Da bin ich jetzt fündig geworden. Da gibt es einmal die Binary Targets und einmal die Device Options. Gehen wir mal in die Binary Targets rein. Da finden wir einen Ordner Hardware und in diesem Ordner Hardware finden wir jetzt genau die gleiche Struktur, wie sie in dem Targets-Projekt auf GitHub ist. Zeige ich mal kurz. Hier haben wir ja die Express-LRS-Projekt-Homepage und hier gibt es ja den Konfigurator, den Blackflasher, die Backpacks-Hardware, da wo wir unseren Empfänger her haben. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Und hier unter Targets ist quasi diese Struktur die gleiche RXTX-Logo und die Targets-JSON. Und das lädt er runter mit dieser Hardware-Zip. Da ist nämlich genau dasselbe noch mal drin. Die können wir einmal öffnen. Und dann seht ihr, da ist TX-RX-Logo und JSON drin. Das heißt, der lädt diese Hardware-Zip runter und entpackt die in diesem Ordner. Das gleiche macht er dann hier unter Device Options. Ich bin jetzt wieder zurückgegangen. Gibt es auch noch mal Hardware und da ist noch mal genau dasselbe drin. So, gehen wir mal wieder in Binary Targets rein. Hardware. So, jetzt habe ich mir gedacht, jetzt muss ich das ja mal irgendwie ausprobieren, ob das denn jetzt auch hier die Targets ist, die da eingelesen wird in dem Konfigurator hier. Bin ich einfach mal hingegangen und habe die hier editiert. So, hier habe ich die JSON-Targets aufgemacht unter dem Binary Targets Pfad, also den obersten. Und jetzt habe ich mir gedacht, scrollen wir einfach mal ein bisschen hier runter. Dann sehen wir nämlich hier die Namen, die wir jetzt hier auch sehen. Und dann wird es ja irgendwann auch hier die DIY Devices geben. Scrollt man hier ein bisschen runter. Und dann sieht man hier schon DIY. Und dann sind wir genau da, wo wir hinwollen. Hier haben wir jetzt einmal die 900er Serie, also die TX-900. Dann haben wir RX-900. Und jetzt kommt TX-2400. Und dann kommen hier die RX-er. Und das sind die S3, die wir vorhin gesehen haben. Die haben wir hier in der normalen Firmware nicht. Ich bin jetzt einfach mal hingegangen und bin hier oben bei TX hingegangen. Und habe jetzt geguckt hier, welche wir da haben. Da haben wir zum Beispiel den BLE Joystick. Den können wir mal hier suchen, ob wir den hier finden. Den haben wir hier unten. Da, Produktname. BLE Joystick TX. Und jetzt bin ich einfach hingegangen, habe da einfach mal was hintergeschrieben. Zum Beispiel hier meinen Namen. Jetzt habe ich das einfach abgespeichert. Und dann bin ich hingegangen und habe hier geguckt. Hat sich noch nicht geändert. Jetzt muss ich gucken, dass er das einmal neu einliest. Das geht aber ganz einfach, indem man einfach hier die Firmware einmal switcht. Jetzt seht ihr auch hier den Ladebalken. Und jetzt gehen wir hier auf Device. Und wie ihr seht, steht da jetzt Frank. Genau das, was wir hier reingeschrieben haben. Also ist genau die Datei, die hier benutzt wird. Machen wir das wieder zurück, weil wir wissen ja, dass das jetzt die Datei ist. Dann lassen wir das so. Und jetzt habe ich mir Gedanken gemacht, wie kriege ich da jetzt hier das DIY-Device rein, hier den 10-Kanal-Empfänger. Dazu bin ich hier wieder in das Hardware-Projekt gegangen und habe mir einfach mal den Namen hier kopiert. Und habe einfach mal im ganzen Projekt gesucht. Und dann bin ich auch fündig geworden. Es gibt nämlich im Express-LRS gibt es einen Pull-Request, dass das als Device eingetragen wird. Der ist aber nie ausgeführt worden. Aber hier oben kann man sehen, sind die Dateien angehangen. Und da gehen wir einfach mal rein. So. Und jetzt haben wir nämlich genau die Sachen, die wir brauchen. Wir haben einmal hier die JSON. Das ist so eine ähnliche Datei, wie ich zur Verfügung gestellt habe, für die Hardware reinzuladen. Hier ist genau die Hardware-Belegung nämlich auch drin, die wir brauchen. Das Einzige, was hier jetzt hier nicht stimmt, ist die V-Bud-Scale. Aber die können wir ja nachträglich noch ändern. Das heißt, wir brauchen einmal hier die JSON. Und wenn wir mal hier ein bisschen runterscrollen, haben wir hier auch die Target-JSON. Und hier ist genau das Target, was wir jetzt zusätzlich einpflegen wollen in der Target-Datei, die wir da auf den Konfigurator haben. Das heißt, wir kopieren uns einfach hier die Zeile. Das ist die Klammer auf. Hier ist die Klammer zu. Und das kopieren wir uns. Dann gehen wir in den Editor zurück. Und jetzt müssen wir natürlich hier auf Rx gehen. Da waren wir ja hier. Und hier sind ja genau zwei drin. Jetzt sind die S3-Varianten. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich baue das genau hier zwischen ein. Jetzt müssen wir nur darauf achten, dass wir am Ende hier die Klammer gleich wieder mit einem Komma zumachen müssen. Die letzte Klammer wird nämlich ohne Komma gemacht. Ich füge das jetzt einfach mal ein. Jetzt sind wir hier bei der Klammer. Und da müssen wir jetzt einmal noch ein Komma setzen. Jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen schöner machen, dass wir das hier auch schön einrücken, dass das auch gut aussieht. So, jetzt haben wir hier quasi unser DIY-ESP-E2810-Channel-PWMRX-DIY-Empfänger eingepflegt mit der Layout-File JSON hier unten. Die müssen wir jetzt aber noch runterladen. Das machen wir eben. Die war ja jetzt hier auch drin. Die können wir, glaube ich, hier über die zwei Punkte View-File machen. Und dann können wir uns die hier runterladen. Ja, die speichern wir einfach mal hier in den Download-Ordner ab. Dann holen wir uns die hier weg. Copy C. Und jetzt müssen wir in den Binary-Targets rein. So, hier war ja die JSON, die wir vorhin geändert haben. Könnt ihr hier sehen am Datum. Und jetzt müssen wir die JSON unter Rx einfügen. Hier findet ihr auch jetzt übrigens die Generic wieder, die alle nicht mehr funktioniert haben. Die könnte man jetzt auch in die JSON hier vorne, in die Target-JSON einfügen. Und dann werden die auch wieder alle funktionieren. Die haben sie nämlich einfach nur hier aus der JSON gelöscht. So, ich füge jetzt hier einfach die JSON für meinen Empfänger ein. Und schon bin ich fertig hier. Jetzt machen wir hier mal einen Firmware-Switch. Und dann laden wir hier die Sachen neu. Und jetzt gehen wir hier unter DIY. Und wie ihr seht, haben wir jetzt hier unseren DIY ESP32E2810-Kanal BWMX. Den können wir jetzt einmal auswählen. Jetzt kommt aber hier unten eine Fehlermeldung. Und jetzt kommt nämlich dieser zweite Ordner ins Spiel. Wir waren ja hier in Binary. Und jetzt ist das gleiche nochmal in Device Options. Hatte ich ja gesagt. Da müssen wir im Endeffekt genau dasselbe machen. Hier in Rx wieder unseren Empfänger reinkopieren. Habe ich gemacht. Und hier die Targets können wir einfach von der anderen kopieren. Das ist nämlich genau dieselbe Struktur bzw. Datei. Im Endeffekt sind die Dateien gleich. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist halt so. So, jetzt ersetzen wir die. Jetzt machen wir einmal hier nochmal einen Switch, dass einmal die Datei neu lädt. So, und jetzt müsste das Ganze auch funktionieren. Jetzt haben wir ja hier unser DIY und unseren Empfänger. Und jetzt haben wir hier unten unsere Sachen, die wir standardmäßig eingestellt haben. Und jetzt können wir ganz normal den Empfänger flashen. Vorteil ist jetzt auch, wenn wir den jetzt einmal mit dem Namen hier geflasht haben. Das habe ich schon einmal gemacht. Ja, ich habe den Empfänger jetzt mal hier hochgefahren. Der ist jetzt hier unten. Den können wir jetzt auch hier sehen. Und wie ihr seht, hat er jetzt auch schon den Namen, den wir jetzt oben neu hinzugefügt haben. Das heißt, wenn ich den jetzt hier auswähle, dann wird auch direkt hier oben das Device angewählt, weil es vorhanden ist. Und ich kann es jetzt einfach auf die entsprechende Firmware hier updaten. Die Firmware wird kompiliert und auf den Empfänger geschoben. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht gemacht haben, ist in der JSON die Kalibrierung für die Spannungsmessung. Aber das können wir über den Hardware-Tab nachher noch machen oder wir können es jetzt in der Datei editieren. Ja, jetzt fragt euch sicher, wann wird hier die Hardware-Zip überschrieben. Ich habe das jetzt ausprobiert. Wenn man den Konfigurator schließt und neu aufmacht, wird sie nicht neu geladen. Ich nehme an, dass sie neu geladen wird, wenn eine neue vorhanden ist. Was dann passiert ist, alles, was hier drin steht, wird überschrieben. Was nicht überschrieben wird, ist hier unsere Datei. Die wird nicht überschrieben. Das heißt, wir müssen im Endeffekt nur wieder die Targets JSON anpassen, wenn eine neue Hardware-Zip rausgekommen ist. Und dann können wir wieder ganz normal hier unsere Empfänger darüber updaten. So viel dazu. Dann kann man nämlich auch sich diesen Umweg über die I.O. Plattform sparen. Da müssen wir dann nicht wieder extra Software installieren, weil ja im Endeffekt hier im Konfigurator schon der Compiler integriert ist. Ja, das war es. Bisschen Theorie heute nur. Aber das muss auch mal sein. Ja, ihr habt gesehen, wir haben hier unsere eigene Firmware kompiliert. Wir haben ein bisschen in der Software rumgefuscht, sage ich mal, dass wir die DIY-Devices wieder anzeigen lassen können, beziehungsweise jetzt hier explizit auch das hier für meinen selbstgebauten Empfänger, der von dem Projekt auch schon bereitgestellt wordenen Datei. Die haben wir ja eingefügt, habt ihr ja gesehen. Und so können wir im Endeffekt jetzt auch alle anderen DIY-Devices wieder reaktivieren, dass die im Konfigurator funktionieren. Nur beim Update müssen wir dann einmal die Target-JSON ändern. Ja, falls ihr noch weitere Videos hier auf meinem Kanal sehen wollt, ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne machen. Alle anderen können noch einen Daumen da lassen oder wenn eine Frage oder irgendwas ist, ein Kommentar in die Kommentarfunktion damit. Und dann sehen wir uns alle wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. See you on, der RC-Modellbauer. Ciao. 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 Ciao.